Ja. Vielleicht spielen sie das gerade zum ersten Mal. Aber okay. 30 Sekunden zur Krieg. So wie du sagst. Ja, Kurier ist nie verkehrt. Ja. Kugel zur Krieg. Ah, meine Instinkte sind krank. Geh, meine Darlings. Geh, und gattere Zwiebeln. Ha! Die Zwiebeln beginnt jetzt. Jetzt ist mein Wunsch im Feast. Jetzt häng ich immer an ein Team gehabt. Nein, ist er gedauern? Ist das mal geil. Naja. Die Wolfen sind an deiner Tür. Das muss sein. D Premium. Ich schaue die Zwiebeln. Beware the war. Burks need no armor. It's savage fury. Los, schnell weg, schnell weg. Ja, die brauche ich auf jeden Fall, das Ding. Die Schuhe. Aber geil, wir haben schon mal vier. Er hat, wie fährt er? Zwei, vier, sechs. Oh, da kommen wir ganz gut voran. Ja. Auf den Weg. Schön, jetzt haben wir noch die Boots. Gleich ein bisschen schneller. Und schon einen guten Vorsprung. Okay, das hatte jetzt am Anfang natürlich noch gar nichts zu bedeuten. As must be. Of course. Let's not listen. As it please you. Cool. Cool. Meine Hunde da richtig gut aufräumen. Okay, jetzt nicht mehr, aber... Ganz gut Boden. Gut gemacht. Oh, hier kriegen wir gerade schon damit schaden. Weg. Nein, na, scheiße. アh. Ich zie. Ich zie. Ich zie. Ich zie. Ich zie. Ich bin so gut wie tot, ey. Ich bin so gut wie tot. 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 Okay. Okay. Ich bin so gut wie tot. 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 Ich bin so gut. In diesem listened. Amit satu? Ich bin so gut wie tot. Ich war die Zahl. Nein! Ach, ist das ärgerlich. Drei Minuten noch. Tausend brauche ich. Ah, das schaffe ich. Weil ich jetzt eine Minute warten muss, ey. Das kann es nicht sein. Ich brauche noch ein bisschen was, um mehr Shadow Shaman, um mehr Angriffsgeschwindigkeit zu haben. So, was haben wir jetzt auch fertig? Ähm... Skrittkönig, okay. Ist mir egal. Schöne. 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 Noch eine, bitte noch was. Stimmt, die Spinne ist tot, der ist tot. Schöne. So, die Bruder. In mein Vater's name. Bring center. Das ist ja gut. Nein! Warum wird die denn so stark, ey? Krasse Sache. Nein, ich haue sie um. Scheiße, ey. Drei Sekunden muss ich warten. Aber das haben wir gut gewonnen, also 80 zu 50. Richtig geil. Boah, gleich 90. Coole Sache. Jetzt kann ich mir schon mal überlegen, was ich mir jetzt für Sachen kaufe. Das ist ja bei mir immer die große Schwierigkeit. Auf jeden Fall einmal das Ding, glaube ich. Linnste Haug. Aber nicht nur Schaden, ich brauche irgendwas mit Angriffsgeschwindigkeit. Das hier. Na, genug Geld. Das Ding. Schaden, Stärke, Nahkampfchance ist egal. Das Ding. Würde ich so machen, oder? Spannend. So. Schau mal mal. Nein! 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 Das ist doch scheiße. Los jetzt. Nein! Nein! Ja! 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 Nein! Ich verstehe. Weg 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 Kommt! Nein! Ach, das kann nicht sein, ey. Ah, das war so knapp, ey. Das ist so ärgerlich. Wir hätten es eigentlich... Ah... Na gut, ich bin nochmal gelevelt, aber trotzdem... Das... das kann es nicht sein. Hat nicht sollen sein. Eventuell morgen wieder, wenn es wieder heißt, Magulhaide mit Dota 2 und dem Dire Tide Modus gegen Roshan. Bis dann, ciao!